Es ist auch so, dass die Lieder, die von Bakabu sind, wirklich mit dem Alltag der Kinder zu tun haben. Also es ist wirklich aus dem Leben der Kinder gegriffen. Es war wirklich lustig, weil die Kinder kamen und es hat letztens ein Kindgeburtstag gehabt und dann schauen die Kinder rauf zu unserem Bakabu in der Gruppe und fragen dann, aber wir haben noch nicht mit Bakabu Geburtstag gefeiert, wann feiern wir mit Bakabu Geburtstag? Und neben all dem Spaß und neben all der Freude, die wir mit Bakabu haben, ist natürlich die Sprachförderung bei uns Pädagogen im Vordergrund. Ohne dass die Kinder es mitbekommen, wissen wir, wie viel Sprachförderung bei Bakabu mitlebt.